Würdest du im Zweifel das Schreiben einer Doktorarbeit nach dem ersten Examen oder dann nach dem zweiten Examen entfernen? Ich denke nach dem ersten Examen, weil ich dann in diesem, ja, durch das Hausarbeiten schreiben, auch irgendwie an diesem wissenschaftlichen Arbeiten drin bin, in diesem materiellen Recht auch drin stecke. Ich werde ja meistens ein sehr materiell rechtlich lastiges Thema eben bearbeiten. Und wie gesagt, ich bin einfach in diesem Bibliotheksrhythmus irgendwo noch drin, anders als wenn ich jetzt das Referendariat schon abgeschlossen habe. Auf der anderen Seite erschließt sich ja im Referendariat auch häufig erst durch das ganze Prozessrecht mehr das materielle Recht. Also, dass ich dann diesen großen Gesamtkontext habe und dann vielleicht auch das im Rahmen meiner Doktorarbeit, hängt natürlich vom Thema ab, dann eben auch mit einfließen lassen kann. Aber ich würde jetzt klare Aussage einfach direkt nach dem ersten Examen machen. Erstmal bin ich auch jünger, geistig aufnahmefähiger, vielleicht auch irgendwo leistungsbereiter. Und wie gesagt, habe noch diesen Bibliothekstrim einfach drin. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil. Und wie gesagt, wie gesagt, habe ich gesagt, ich kann jetzt hier ein Riesenvorteil. Vielen Dank.